So Leute, Willkommen zu Let's Test Brick Force Ja, wir haben mal ein bisschen den Trash rausgeholt hier Und, äh, ja, das ist sowas wie natürlich nicht freiwillig Denn wir haben Langeweile, denn der Togo ist natürlich auch dabei Naja, nicht falsch Und wir wollten nämlich Daisy Tong, aber es ging nicht, wir hatten Langeweile, wir mussten jetzt machen sollen Dann dachten wir, wir bellen uns mal Brick Force an Ja, wir mussten erstmal hier, äh, 5 Minuten lang einen Account erstellen Dann mussten wir uns erstmal gucken, wie man hier Freunde sucht So, ich, äh, ich geh jetzt mal auf Spielmodus räumen, ne? Mal gucken Ich auch, so, ich fahr jetzt bei, äh, Christmas, hast du den? Christmas, wo ist der denn? 25 25? Ja, okay, geht raus Christmas, guck mal hier So, ja, auf bereit, Start Okay, join Start, geht direkt los, alles klar Ich weiß, wer ist in deinem Team? Ne, wer ist in deinem Gegner? Ja, da muss man ein Gegner sein, haben wir geil Jetzt hab ich mal jedenfalls ein Gewehr hier Alter, das Spiel ist ein, ist ein Minecraft Ego-Shooter Noch schlechter als Minecraft, die Grafik, ja, das geht Das ist schlechter als Minecraft Default Wir mussten die Grafik noch runterstellen, damit es nicht leckt So Premium ist das Spiel Kann nicht gehen Also, das Spiel ist richtig Premium, ne? Muss man mal ankündigen Ich stehe jetzt hier rum und mach nix Aber ich bin noch im Lade, ich bin noch im Loading Stream mit 5 Frames Hammergeil Ich hab gar nix machen Soll, neben mir steht ein Gegner und ich kann nix machen Für uns fährst das Ja, ich stehe hier rum Ah, jetzt geh ich Leck das bei dir auch so ein bisschen Bums, das ist bei dir auch so ein bisschen laggy Ne, bei mir läuft das flüssig Mir ist das leicht laggy irgendwie Alter, wie sie halt hier stehen, ey Alter, ich bin da Alter, das leckt, Leute, das leckt total Boah, ey Obwohl ich die Grafik runterstehe, ich kann nicht daran liegen, Mann Ich kann, ich kann, ich kann alles mögliche zocken Ja, ja, davon sagt man mit dem PC bei Big Force Na, da soll die Premium-Spiele gehen halt nicht, ne? Ja, wie viele Films hast du denn? Acht Oh, was? Was? Ist hier was? Alter Hast du nicht mehr Anwendung an, Downloads? Ich hab gar nix an Oh, da wurde ich... Oh, immer diese hässliche Lache, weiß das Ja, aber ach nee, die geht bestimmt nicht auf den Keks Aber Hab ich schon wieder einen down Ne, hä, lol Doch, wir haben hier gekriegt Da kommt schon wieder einer Was... Wo... Wo komm ich denn hier raus jetzt? Ach, hier hoch Hier ist ein good Nate Ah, tut mir leid, Leute, dass du da leckst, aber ich kann nix am Spiel, ich kann bestimmt nicht aber am Rechner Doch, glaub ich schon Ne, bei Big Force glaub ich das irgendwie nicht Mann, ich komm ja nicht ran, da ist schon einer, so'n... 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 Typ steht da oben Können wir um Bistro, ich will den mal wegknocken Wie heißt du nochmal? Hosenknall Hosenknall Hosenknall, gib auf Ich bin einmal tot, bin umgefallen Von wo denn? Ja, ich bin einfach umgefallen Hosenknall, weil der Gegner Ja, ich seh' dich Dann hab ich für eine Pring Da kommt einer Alter, wie sie sterben Kann man das kaputt schießen? Alter, wie wenn... wenn die Muni hat man denn? Oh, ich hab' ne Faust Wir haben Staubschüssen noch Dann hast du den Lachen, ne? Das geht mir gar nicht klar Der hat voll die scheiß Ding, oder? Alter, es leckt so doll, ne? Es geht gar nicht Das ist länger als vier Minuten, Alter, spiel' dich durch Das ist kein Wannkönig Ach, Alter, ey Alter, wie komm' ich eigentlich hier raus aus dem scheiß Raum? Spawncamp mit mir, aber alle Ach, hier ist ein Ausgang Leute, ich bin hier nicht raus Aber wenn ich aus der Spawn raus, hier krieg' Fallschaden Na, ich hab' einen Kill Also mach' schon mal der, derbe Laune hier Aber richtig, man merkt mir vielleicht für den Spaß an Oh, er hat mir wegge-Sniper'n Also ich... ich würde sagen, dass... Es tut uns leid, dass der Sieg... Der Play ist zu Ende Brick Force Hunt einfach überzeugt Oh, er ist ein Gegner Ah, der ist down Also ich... Fürs Spiel brauchen wir echt viel Skill, muss ich sagen Ja, ne, überhaupt nicht Aber kann man wieder nicht zielen, wie... wie das gehört? Ja Ah, ne, ist der down... Alter Ich bin aus der Map gefallen Oh, das ist ein Scheiß-Spiel, ey Alter Schwede Ey, man kann hier blockieren sogar, ey Haben wir Premium Boah, jetzt klärt doch diese Scheiß-Light da hoch, ey Da sind die... da sind die Noobs Ich muss nachladen Was haben die alles für dicke Wummen eigentlich hier, ey Alter Respawned Los, Kevin Ich wohne, wohne Ah, Alter Alter, ich hab 0 zu 5, ey Kein umgehauen Geht ja, der Leckfüße soll, Mann Ich hab Stammbilder Ich denn, ich hab's Und da, wo die weggesnabt von so einem Mongo Oh, die Scheiß-Lache Ja, ne Also, ihr könnt aber was sagen Also, ich glaub, jeder ist beim Spiel begeistert Die König auch mal die Trashner von Pilspien angegucken Die sind genauso begeistert vom Spiel wie wir Also, irgendwie keiner mag dich, aber trotzdem sind da relativ viel angemeldet, ne Also, sind bekannt das Spiel, das kennt die nicht jeder, ey Das hatte doch ein Gamescom-Stand Das gewinnt Das ist ein Scheiß-Spiel, ey Die Grafik kann auch einiges, so Ah, das ist richtig Premium Wer ist denn hier oben im Baum? Bin ich auch draus oder so? Ja, geht doch Wo kann ich denn hier oben hoch? Also, wow Einmal sagen, ey, ich muss was zugeben Das Headset bringt dir grad zu viel, ne Du kannst dir echt einiges hören Oh, das ist Kevin Ich hab dir grad Headshots Ab! Weg! Du kriegst doch keinen Schaden Du bist ja nicht griffst No, ich bin hinter dir runtergefallen Boah, ich verstehe, der war abgeschlauert, das war mein Kill Oh, Mann 08, ey Boah, zeig dir mal wieder den dicken Skillzchen Ja, willst du doch mal sehen, ich hab Standbilder-Tore Ich nehm mit sieben Ja, springen wir an, ey Ach, du ne Standbilder, das ist billige Ausrede Ja, guck mal den auf, ich hab vier Frames Ja, ja Ich kann sein, gerne gucken Jetzt hab ich hier geschmeidige 60 Ja, ich kann immer die Treppe hochgehen hier Fall immer wieder runter, ohne was zu machen Ja, weiß ich, die Treppe sind richtig buggy Die kann ich auch nie hochgehen Ich kann, ich kann gar nicht treffen, ich hab Du hast mich einmal getroffen, du, ein Kill Dann war ich den down Double Kill Alter, wie ist die andere hier Alter, du hast einen Spawncap for the Wind Ich hab einen Nate da rein Ich hab einen Kill Kennen wir also einen gekillt, oder was? Ja, wir stampeln, ich hab einfach nur den gegen rumgeschossen So hab ich denn 11,9 Ja, wo ich weggehen, einfach am Ja, wo ich weggehen, einfach am Tab drückt, diese, dieses, äh Die Kill hier, KD-Ding, da kann ich nicht überhaupt nicht identifizieren Natürlich, ein Kill, ich hab einen Kill, elf Toten, da unten in der Mitte sind die Assist Also hab ich 11, 11 Kills, 4 Assist und 9 Tote Ich hab eins, vier, elf Oho, aber die haben voll die dicken Waffen, ey Ja, und ich hab Schlammbilder Ach komm, bin die auswählen Geht den Ticko Der guckt in die Ecke und schneit mir einfach weg Ich hab den auch besser Männliche Waffen mit Feind Nee, was war's? Männliche Waffen mit Feind Männliche Waffen mit Feind Ich spawn den dem Gegner Hammer Ja, hier kann man auch richtig spawnen kennen Wo sind die Schnittchen, äh, wo sind die, die, die komischen Typen hier Ah, das leckt so der Maßen ist unglaublich Ja, steigt halt, steigt halt dein, äh, dein Grafik, äh, Standort Oh, oh, oh Komm, hier hab ich ja mit Da hängen wir nicht von hinten weggeschnitzelt Ja, ich hab von hinten auf dich geschossen, aber nicht gekillt Nee, ich wurde gekillt vom Beisitzer Den kill nicht jetzt Toll Kill Nice Ich hab sogar nen Headshot gegeben, glaube Boah, 2,14, ne richtig Premium Einige haben auch hier so ne dicke Rüstung, ne Das ist mein Kriegner Weg, was Nein, 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 nein Den Game hat, ich glaub, wieder ab, ne War mein Kill Das ist nur so ne Scheißpistole in der Hand Ich weiß gar nicht, wie man die Waffen wechselt Na, wo man scrollt ist Olle Get rum Boah, wie Premium, eh noch nen Kill Alter, das ist längst, ich hab nur Standbilder Das holt nen Knall Jetzt hat er gar nix, wenn er hat Ohre Ist doch beleidigt Oh, das ist ein Internetwerk Ich weiß nicht, was, was von beiden Eins von beiden Alter, nur mal sehen, weil ich kann ich nicht mehr hören, falls du mich hörst Boah, diese scheiß Lache, ey, ich find's geht gar nicht Ich hab keinen Bock mehr, lass mir was anderes machen Ja, lass'n, lass'n Irgendwas, 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 lass'n, weiß ich nicht Schachspielen Schachspieler ist nur ohne Schachspieler Das ist sinnvoller als Schach Ja, erst als erstes dumme ist schon mal, ich weiß gar nicht, welches Level ich irgendwie bin Ich bin irgendwie so Rekrut Das war, das war die dumme, ich hab nur Standbilder Die Aufnahme wird bestimmt sehr spannend Ja, also, Nelken tut das überhaupt nicht, aber, ähm, um Brickshot Ähm, aber, wie fehlt dir das jetzt Motivation im Spiel, wo du da weggesnach hast? Und auch wenn, oh, hier ein Brickshot Auch wenn die Auflösung so, äh, auch, die Grafik ist für'n Arsch, nicht, weil das nur Pixel, äh, Blöcke sind, aber das Die Grafik ist echt für'n Arsch, ey, so So, Sura Minecraft, die wohl sieht besser aus Äh, die, äh, das ist echt nicht recht, einfach So, der ist von mir im Team Geht'n die Runde noch Ach so, das ist nur... Läuft Was, wie, was, wie weggeknallt 14, 14 sagste, hm Ich weiß doch gar nicht, wo die Gegner sind, diese, diese roten Punkte, die Gegner, oder was ist das? Ey, genau, ich werd'n, ich werd'n weggesniped Wie sie alle sterben, ey Wie sie dann im Stöhnen sind, ey Ja, die Lache geben, wenn du auf'n Sack, ey Ja, Alter, hab' ich dir umgefetzt, ey Was gewinnt? Stirb! Loll, der... Der MacGamer hat die Gegner Der hat dich abgestaut Loll, ich bin down Ah, ist das ein Scheißspiel Ja, wo ich grade war, im, äh Am Saffeln war, also, ähm Mir fehlt halt die Motivation, hier, irgendwie Die Level zu erreichen, irgendwie Wachen zu holen, irgendwie Jetzt noch bitte nicht irgendwelche ordentlichen Gründe, um das Spiel zu rechtfertigen, das ist scheiße Das brauchst'n rechtfertigen, die sehen das schon Guck dir mal so an, einfach, das ist ein Auto, ja, nee Das ist der Hammer Toro, du brauchst'n gar nicht rechtfertigen, um das scheiße Ich glaub' die Zuschauer sehen, das wäre das Also, wenn ich... Alter, hab' ich mir geknallt Wer nicht sieht, dass dieses Spiel scheiße ist, wäre... Ich mein' ich hätte auch gekriegt, oder so Ja, siehst du, wie viele Leute spielen hier Ja, die... die... die spielen bestimmt alle so wie wir, zum ersten Mal Ja, die... die spielen bestimmt alle so wie wir, zum ersten Mal Ja, die spielen bestimmt alle so wie wir, zum ersten Mal Ja, okay, also... Hol' den Schneid, hol' den Schneid, hol' den Schneid, hol' den Mann Nein! Jetzt mal ne... 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 Nein! Oh! Nein! Also, keine Muni mehr, ich muss nachlaufen Ich und ich, die sind Stammbilder, ich kann nur noch zu dringend rum schießen Hast du Stammbilder? Ich... ich... ich spiel' nicht mit Stammbildern hier Ich guck' ich mir in der Aufnahme mal, wie das aussieht Ja, ich glaub', ich glaub' bis... bis zu diesem Punkt hat's gar nicht mehr geguckt Und wer es jetzt noch geguckt hat, der schreibt das bitte in die Kommentare, der... weiß ich nicht Noll Ja, diese Sniper-Typen, die Demo-Wurfen-Keks, ne? Neun zu vierundzwanzig Was stirbt der denn mal? Wann sterben? Ich muss mal nachlaufen Da! Geht rum! Du knallst mich eigentlich mal weg! Ah, ne, fast sogar nicht Aber ich... aber ich... 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 ich war der da vor der Stand Ja, ne, ja Der sich halt eingeschenkt hat Der war doch grad da Da ist einer! Da ist einer! Das ist einer nicht Wer... welche Zielgruppe soll das denn ansprechen, als ehrlich? Äh... vielleicht ist es wohl nicht so, hier Ich bin mal ein bisschen rumfassert, aber... Weil, ey... Ab zwölf... Weil ab zwölf ist ja schon ein COD angesagt, ne? Ab zwölf ist ja schon ein COD angesagt, bei den meisten Oh, wir haben verloren! Das geworden! Boah, da haben wir richtig Spaß gemacht, ey! Oh! Können wir bitte aufhören, noch mal, dann halt ich nicht durch! Boah! 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 Ich krieg das Gefühl, du! Pfff! Alter! Einer hat so'n Joker-Ding auf'm Kopf! Okay, dann würd ich sagen, Leute, bis zum nächsten Let's Test Mit hoffentlich einem heutigen Spiel Ah, das ist nur eine Runde? Ja, ich spür das nicht weiter jetzt hier! Schluss! Äh, unser Fazit! Meldt euch nicht an! Unterstützt nicht die Entwickler! Ähm... Klickt nicht die Seite an, damit die Werbung durch die Werbung kriegen! Äh... Gib das Spiel nicht mal bei Google ein, damit das in den Google-Suchanschein kommt! Jetzt muss man sagen, was das... Oh, hier hat's mal so ne XP-Leiste! Okay, man kann da nicht doch irgendwie leveln! Also muss man sagen, was man, wenn man Brickfoss eingibt, das erste Google-Ergebnis kommt! Das erste ist Brickfoss-Hack! Also es wird hier wohl Hacker geben am Start, also ich hab jetzt keinen gesehen, aber ich hab... Na ja... Alles voll die Aim-Botter hier! Ja... Das wird mir keinen Heck holen für die Spiele, weil hier in Global-Band krieg ich mir sowas vom Wurst! Also, unser Fazit? Gibt's nicht, gibt's kein Fazit! Da... Das... Das Spiel ist uns kein Fazit wert! Nö... Aber du sagst jetzt einfach nix mehr dazu! Ja, genau, wir sagen dazu nix mehr! Das... Das Spiel... Kennen wir jetzt nicht! Aber jetzt... Oh, man kann hier Sachen mit Echtgeld kaufen! Wollen wir nicht mehr das Spiel ansprechen! Ich möchte mal kurz mal gucken, was man hier kaufen kann! Also hier mal hier... Picken and Win! Soll ich auch mal gucken? Was hab ich im Moment eigentlich? Guck mal... Voll die tollen Waffen! Meine Items! Ist eigentlich Pay-to-Winner-Spiel? Ich denke mal schon, ne? Guck mal, das gibt's hier oben links, weiß ich mal so aufhabe, sieht schon Tokens kaufen, Premium Account, Premium Accounts, Premium Accounts... Ich weiß nicht, was man sieht, wenn man richtig Geld in die Bogen kriegt, und man nicht die Vorteile kriegt, dass man nicht mehr eine Aufnahme... Ich glaube, das ist nicht im Bild... Ganz oben links sieht man sich ganz groß Tokens kaufen oder Premium Account... Ja... Ich weiß, ob das eh keiner machen würde... Gibt's gedauern, glaub ich... Ja, klar... Was immer, wenn ich das gut finde... Wolltest wir ne Runde UNO spielen jetzt, ey... Ja, Alter, war richtig was... Mal reden, was... Ey, was Echsenreich... Wie viel wie das hier... Ich... Ich spiel jetzt mal ne Minesweeper... Was? Minesweeper... Also ich muss sagen, MacPixel ist viel besser... Als... Blackforce... Pixel... MacPixel ist geil, Mann... Guckt euch mal MacPixel auf YouTube an... Das Spiel ist... Viel besser als Blackforce... Also wenn ihr euer Geld im System wollt, dann kauft ihr euch keinen Premium Accounts, sondern dann kauft euch MacPixel... Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Last-Test... Hoffentlich mit dem guten Spiel... Äh... Ja... Dann... Tschüss Leute, ne? Ja, tschüss...